Wo wird unser Abwasser gereinigt? Wie fährt sich eine Kehrmaschine? Und was verbirgt sich unter den Schwimmhallen des Aquarias? Neugierige Blicke hinter die Kulissen. Faszinierende Einblicke in verborgene Welten. Der Tag der offenen Tür bei der SÜG verspricht Spannung pur. Ja hallo, ich bin Jörn Köchner, der Betriebsleiter des Hallen Freiburg Aquaria. Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür. Also wir haben heute drinnen Wasserlaufbölle. Das heißt, man kann mal über das Wasser laufen, auch mit normaler Straßengleitung. Dann stellen sich die Vereine vor. Wir haben draußen elektrische Boote. Kann man mal schauen. Das Hobby der Großen und der Kleinen. Und wir haben natürlich eine Hüftburg und ein bisschen was für die ganz kleinen Entenangeln, Glücksrad. Wir haben jetzt gerade eine Technikführung laufen. Das sind bestimmt 20 Leute, die gerne mal in die Katakomben der Technik, des Aquariers gehen und sicherlich interessante Vorträge hören. Mein Name ist Stefan Schneiderwind. Ich arbeite für die SÜG und auch für den CEB. Für den CEB verantworte ich das Abwasserbereich und unter anderem eben auch das Klärwerk. Das ist ein dreistufiges Klärwerk, mechanisch, biologisch und chemisch. Und hier wird das Abwasser von ganz Coburg gereinigt. Wasser wird gereinigt. So gereinigt, dass eben das belastete Wasser rausgenommen wird und dann in die Vorflut, in die Itz, dann so reingegeben werden kann, dass eben auch die Fische und Wassertiere problemlos das auch aushalten. Auch von der Technikvielfalt, die hier herrscht, die ganzen Apparaturen, die ganze Messsteuerregelungstechnik, die ganzen Prozesse, die Verfahrenstechnik ist schon imposant. Das ist ein interessanter Arbeitsplatz. Mein Name ist Franz Josef Loska. Ich bin Geschäftsführer der SÜG, der SÜG d'accord und Vorstand vom CEB. Und es ist ja heute ein großartiger Tag und ich freue mich sehr, dass so viele Leute unserer Einladung gefolgt sind. Die Grundidee ist einfach, dass wir die Bürger einladen, zu uns zu kommen, dass wir zeigen, was wir alles machen, was der CEB macht, was die SÜG macht, was die SÜG d'accord macht. Und das sind halt die einzelnen Sparten mit Strom und Gas, mit Internet und auch das Thema zum Beispiel Straßenreinigung und Entsorgung. Also die freuen sich, dass sie einfach ganz viel sehen, dass sie jetzt auch einmal das Thema genau erklärt bekommen mit den Energiepreisen oder wie funktioniert auch zum Beispiel eine Kehrmaschine oder wie ist das mit den Bussen, warum sind die so groß und so. Und dann hat man natürlich die kleinen Kinderaugen, die natürlich auch sagen, boah, das ist aber groß, ich will auch mal Busfahrer werden. Bis zum nächsten Mal.